Pressure, but we need to step the fuck up. Okay, easy goal. Was? Er hat das Predictive, Digga. Er so easy goal. Lol? Ne, 3 ist ein Tournament match. Ne, oder? Du bist auf der Suche nach einer vertrauenswürdigen Seite, wo du dir günstige Rocket League Autos und Items kaufen kannst? Dann schaue jetzt bei meinem Partner rl.exchange vorbei. Schnelle Lieferungen und viele Zahlungsmethoden. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Mit meinem Code REAPERS sparst du noch 3% auf deinen Einkauf. Create der Code bei REAPERS.1T. Einfach in deinen Rocket League Shop eintragen. Alle 14 Tage neu eintragen. Vielen lieben Dank an jeden, der mich supportet. Peace Freunde, was geht ab? Ich bin bei REAPERS und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu einem neuen, freshen Rocket League Video. Hier auf meinem Kanal, Freundin, im heutigen Rocket League Video gibt es mal eine Reaktion auf PULS MK. Denn ihr habt es mir so oft gesagt, in die Kommentare geschrieben, ey REAPERS, reagier unbedingt mal auf PULS MK. Und heute gibt es die Reaction auf my best goal ever, MKs Freestyle Friday. Das Ganze ist natürlich in der Beschreibung verlinkt. Checkt PULS MK sehr gerne einmal aus. Ja, und ich bin super, super gespannt, wie er spielt. Ich habe noch nie ein Video von ihm geguckt. Ich habe noch nie gesehen, wie er spielt. Ja, ich weiß nur, dass er mit Maxify hin und wieder spielt. Ja, das habt ihr mir immer reingeschrieben, dass die beiden wohl oft zusammenhängen. Ja, und PULS MK, ich weiß jetzt auch noch nicht so ganz. Ich glaube, das ist ein Deutscher. Schreibt es mal in die Kommentare. Ja, würde mich mal interessieren. Und ich bin auch gespannt, wie gut er ist. Ich weiß nicht, welcher Rank er ist. Er wird wahrscheinlich GC, SSL sein, irgendwie in dem Bereich. Ich bin super gespannt. Wir legen direkt los. Okay, ich bin gespannt, was wir hier jetzt zu sehen bekommen. Ja, ich bin gespannt, was wir hier jetzt zu sehen bekommen. Boah, das ist schon... Oh, Digger. Boah, das ist schon sehr stabil. Also, der ist auf jeden Fall, denke ich, in der SSL-Region. Safe. Oh, shit. Banger. Das ist auch so geplant, war halt einfach, ne? Einfach geplant, Digger. Lul, Digger. Oh, Lul. Oh, mein Gott. Nie. Einfach zu krass. Boah. Digger, wie geht der denn aber auch wirklich zu den Bällen, Mann? Das ist total insane, Alter. Digger, der spielt irgendwie da als, weiß ich nicht, als wüsste er so, weiß ich nicht, alles. Keine Ahnung, der weiß ganz genau, was er drücken muss. Ey, mir hängt die ganze Zeit hier mitten im Video so eine Flieger am Arsch. Auch stabil. Habt ihr momentan auch Fliegen bei euch, Leute? Schreibt's mal, äh, gerne in die Kommentare. Aber sehr, sehr nervig. War aber ein sehr nicer Shot. Good job. Oh, mit dem, mit dem Fennec. Oh, mein Gott, Digger. Krank, Mann, krank. Ja, jetzt hängt die Flieger einfach mal hier an mein Mikrofon. Oha, okay, wild, 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 ja. Oh, mein Gott, oh mein Gott, nein, Digger. Er weiß ganz genau, wie er sich hindrehen muss. Ist das halt so das absolut Krasse. Aber der spielt auch, das hab ich immer noch nicht so gecheckt. Der soll deutsch sein? Oder ist deutsch? Ich weiß es nicht. Ich blick da noch nicht so richtig durch, weil er immer mit Jaser und so spielt. Digger. Oh mein Gott, was ein Shot, Alter. Einfach ein Traumtor. Mich würde mal interessieren, äh, was jetzt da sein bester Shot sein soll. Uh, let's go. Also ich meine, es sind alles super Shots. Aber was ist für ihn so der beste Shot? Wisst ihr, was ich meine? Das würde mich mal interessieren. Oh, je. Digger. Okay, I kinda want to listen to Pappy's Playlist. Pappy's? Yep. Wie die aber auch da alles planen. Oh, ho, ho, ho. So. Nice. Nice one. Oh, loll. What the fuck was he doing? Wait, what? Why was he driving that? What the fuck? It actually tried to play that. Einfach gegen Bots da gerade am spielen. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was, was, was kommt da jetzt? Wieder ein Pinch? Oh. Oh mein Gott, was? Digger, wie schnell wäre dieser Pinch gewesen? Er weiß ganz genau, wo er diesen verdammten Scheiß Ball hinspielen muss. Oh mein Gott, Alter. Das geht halt auch einfach immer gut bei denen gerade, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott, die Timing as well. Oh mein Gott. Digger. Geisteskrank. Okay, Chad, how much do you beat for my... Okay. Wait, I think that's against the TOS or something. So I don't want to even jokingly say that. Höh, der geht so früh hoch. Waaat? Äh, ich blick da gar nicht durch. Digga, er geht so früh hoch. Boah. Boah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, jetzt letzte Sekunde und er macht noch das Ding. Ich sag, die machen jetzt noch irgendwas krasses. Oh mein. Lol. Dieser Flick einfach, Digga. Hey, hey, hey. Lol. Oh mein Gott, was? Oh nein. Das wäre voll krass gewesen, Mann. Oh lol. Wait. Oh, was? No. What the hell is it moving? Oh mein Gott. Okay. Ja, ist sehr, sehr stabil. Aber ich bin immer noch am überlegen, was so jetzt da sein krassester Shot war. Vielleicht kommt er auch einfach am Ende. Oder so mittendrin und dann... Ich weiß nicht. Mich würde es freuen, wenn er das vielleicht kennzeichnet, was sein krassester Shot war. Weil die sind halt alle krass. Man kann es halt schlecht sagen, so welcher war jetzt der Beste. So ein Geist aus Pasmophobie. Guck mal, jetzt redet er Deutsch. Oh mein Gott. 180. Ich sag 178. Oh, 171. Stabil. Ja, da kannst du halt auch als Gegner einfach gar nichts mehr machen, ne? Ja, 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 ja. No pressure, but we need to step the fuck up. Okay, easy goal. What? Was? Er hat das predicted, Digga. Er hat so easy goal. No pressure. We can land, okay? Holy shit. Einfach predicted. Okay, dude. Oh, ich bau. Nein, ich bau. Ich bau. Ich bau. Boah. Nice. Heftig. Pinch. Ich. Ich bau. Oh mein Gott, was? If you can. Oh mein Gott, aber auch wirklich so direkter Pass zu ihm. Was macht er jetzt? Ey, egal was die da drücken, es funktioniert. Es funktioniert. Egal was gedrückt wird, es funktioniert. Und das ist das Krasse. Bei mir wird das alles gar nicht so funktionieren, weil ich weiß gar nicht, weil ich drücken muss. Just some speed. Yeah. Nice. Oh my. There we go. Schön rüber gespielt. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Was? Er hat den von da oben noch bekommen. Lol. Easy, easy. Komplett geisteskrank, Alter. Shades. Danke so much for the Prime Stop. Thank you so much. No. Wie geht das? Ich check's dich. It'll be faster, I guess. Boah. 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 Nein, Digga. Ich hätte sie mir gegönnt. Was ist das Power? Oh, yes. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, aber wie der dann halt auch einfach nicht reingeht, so ne? Das tut mir immer so ein bisschen leid, wenn so krasse Bälle nicht reingehen. Oh mein Gott. Schon wieder nicht. Komm, jetzt aber. Jetzt. Ich check's nicht. Wie hat der denn den da so? Oh mein Gott. Digga, okay, jetzt kommen gerade die ganzen Tore rein, die gefailt sind alle. Also die keine Tore sind. Ist das jetzt auch noch fail? Wow. Ja. Digga, es sind so nice shots. Oh mein Gott. Was? Er failt den? Ich bin so eine N***. Ja. Supersonic Legend rank. Das hätte ich nicht gedacht, dass er den failt. Und da kommt der Pinch. In den Wink. Ui, Digga. Oh mein Gott. Das war sexy. Puh. 102 mit der Crossbar. Zoom. Nice. Uuuh. Macht er gut. Faktisch einfach gut. Clean. Einfach clean. Sehr, 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 sehr nice. Oh mein Gott. Mega nice. Champion Jemen. Indeed. Wow. Yes. Oh mein Gott. 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 Komplett crazy. Komplett crazy. Okay, das scheint ein Tournament Match zu sein, oder? Ne, ist ein 1 gegen 1. Lol. Ne, 3 ist ein Tournament Match. Ne, oder? Ich glaube, das war sein krassestes Tor. Oder? Ja, ja, ja. Save. Das war sein krassestes Tor jetzt. Das ist krass. Also ich muss sagen, Pulse MK, sehr, sehr guter Spieler. Kann man nichts anderes zu sagen. Natürlich waren das jetzt die besten Ausschnitte. Es war ein Best-of. Trotzdem muss man natürlich sagen, ist ein 1a-Topf-Spieler. Ich weiß nicht, was er gerade aktuell so für eine Elo hat. Aber auf jeden Fall super stabil. Lasst ein Like da, falls euch das Ganze gefallen hat. Ja, lasst ein kostenlos Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Es würde mich mega freuen, wenn wir hier auf dem Video die 400 Likes klagen. Checkt Pulse MK aus. Den sind wir zum nächsten Mal, Freunde. Euer Beryl. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.